Na hey, Shoshleude und willkommen zu Weihnachten 2020, der alljährlichen Weihnachtstradition auf diesem Kanal, dass ich mir nicht nehmen lassen will und euch hier eine frohe Weihnachten zu wünschen und nochmal so ein bisschen aufs Jahr zurückzuschauen und in meine Wohnung zu schauen und zu merken, dass die Weihnachtszeit die stressigste Zeit meines Lebens ist, because my fucking Wohnung looks like fucking trash. But, na, das seht ihr zum Glück nicht, ihr seht nur zum Glück meine Lampe und ihr könnt auch mein neues Sofa, auf dem ich hier sitze, nicht sehen. Das ist halt auch so eine Sache, weil ich könnte jetzt leider darauf wegpennen, wie nix gut ist, because it's way too fucking comfy and I fucking love it. It's the best thing I've bought this year. So yeah, in dem Sinne, euch eine wunderschöne Weihnachten und schöne Festtage, trotz dieses des ganzen Jahres, so wie es halt ist. Ich glaube, ich muss hier nicht großartig einen Jahresrückblick starten, um zu sagen, dass das Jahr voll in den Arsch war, um es nett auszudrücken, um es sehr nett auszudrücken. Aber ich will darüber auch gar nicht großartig philosophieren, wie Corona uns quasi alle an den Arsch gekriegt hat dieses Jahr. Man kann nur hoffen, dass es nächstes Jahr besser wird und ich bleib da, ich bleib irgendwo positiv und hoffe, dass es bald so ist, weil ich konnte dieses Jahr legitim nirgends wohin. Ich war einmal weich weg, einmal und das war auch in der Zeit, wo man eigentlich gedacht hat, it's fucking over. Man hat schon gesagt, so die Corona-is-over-Party steigt schon. Aber ja, zu früh gefreut und zu früh des Ganzen. Und ja, jetzt sind wir wieder hier und sitzen in unserer Bude, auf unserem bequemen Sofa mit einer Mütze, wo ich froh bin, dass ich im ersten Stock wohne, sodass das niemand sehen kann. Aber alles in allem war das ein Jahr, wo, glaube ich, viele so nicht erwartet haben, so nicht wollten. Und es ist einfach ein chaotisches Jahr gewesen. 2020 ist so... Nee, brauchen wir nicht. Ich meine, wenn wir jetzt auch mal so gucken, so content-wise, wie es aussieht, wie es jetzt passiert ist bei mir. Auf dem Hauptkanal gab es nicht viel. Ich habe mal nachgeguckt. So richtig Videos, wo produziert wurden, waren neun. Wenn wir jetzt noch das hier, was ich jetzt mal mitzählen würde, und das Jahres-Best-Off, wo ich hoffe, dass ich es noch rechtzeitig hinkriege, ich bin gut dabei, es sieht gut aus soweit, sind wir bei vielleicht elf Videos im Jahr. Ich habe also fast ein Video im Monat produziert. Das ist für meine Verhältnisse schon gar nicht mal so schlecht. Ja, aber dafür... Dafür habe ich ja den Archiv-Kanal aufgemacht dieses Jahr. Und da muss ich sagen, da bin ich froh, wie der von euch angenommen wird, wie das da funktioniert, weil da wollte ich eigentlich auch noch mal so ein separates Video drüber machen. Bin ich auch noch am überlegen, ob ich es immer noch mache. Weil für viele sind Streams nicht dasselbe wie die LPs damals. Für mich allerdings schon. Aber wie gesagt, das ist ein Thema für einen ganz anderen Tag. Wenn ihr das sehen wollt, let me know. Ich bin dann noch am überlegen, ob ich das mal irgendwann mache. Und der Archiv-Kanal, also das Schulcharchiv, kommt super an. Da bin ich echt froh drüber, dass der so super von euch angenommen wird. Im Sinne von den Abos als auch von den Views her. Dass das immer so massiv im Grunde geklickt wird für meine Verhältnisse. Deswegen, da bin ich sehr dankbar drüber, dass der so angenommen wurde. Weil es ist die beste Möglichkeit aktuell, dass man Streams nachschauen kann, wenn man sie nicht schauen, also wenn man sie nicht auf Twitch nachschauen will. Aber auf Twitch nachschauen ist immer so eine Sache. Aber das habe ich da ja auch von gesagt. Deswegen, auf YouTube findet ihr denn da meine ganzen Streams dann immer so mit einem Tag Verspätung, sag ich mal. Und dann könntet ihr in aller Ruhe da nachgucken. Weil das muss ich sagen, das hat sich dieses Jahr zum Glück ins Positive geändert. Die Stream-Qualität ist besser geworden. Das liegt aber auch daran, weil ich mal wieder doof war. What else is new? Fakt ist halt, ich kann mit einer besseren Bitrate streamen und somit sehen die Streams ein bisschen schöner aus. Die Worts, die ich dann hochlade, sehen schöner aus. Und es ist alles in einem, it's just a bit nicer. Von daher, der Archivkanal ist für mich auch nicht so eine große Arbeit, dass es mich an meinem Main-Kanal stören würde. Da sorgen ganz andere Faktoren vor, dass ich da zu nichts komme. Aber das ist halt das. Und dann bin ich froh, dass es so ist, wie es ist. In dem Sinne, der Archivkanal bin ich froh, dass ich ihn gemacht habe und dass er so ist, wie er ist. In dem anderen Punkt, neun Videos oder elf Videos im Jahr ist jetzt... Ja gut, es gibt Leute, die machen im Jahr weniger, aber haben auch höheres Qualität, way higher Budget als ich. Ich bin ja mehr so, ich mache das freizeitmäßig noch. Und ja, manchmal habe ich Zeit, manchmal habe ich gar keine Zeit. Und gerade Dezember ist halt the most fucked up time in the year. Und you know me. Ich habe ein Sofa, das bequem ist. Das ist, by the way, das Running Gag meines Lebens. Einfach dieses Sofa, wo ich fucking... Ich bin gestern... Ne, nicht gestern. Gestern war der erste Weihnachtstag. That's bullshit. Wir haben den zweiten Weihnachtstag heute, by the way. An Heiligabend musste ich arbeiten. Ich hatte Frühschicht. Ich komme nach Hause, fertig von dem Scheiß. Schmeiß mich hier aufs Sofa und bin zwei Stunden einfach nur weggeknackt, während ich Winnie geguckt habe. Wisst ihr ja nicht, wie merkwürdig das ist, wenn ihr einfach einpennt und die ganze Zeit hier aus der Glotze Winnie-Noises hört? It's fucking weird and I love it. Zumal es ist absolut bequem hier. Das ist... Ich könnte hier... Das könnte ich mir... Du könnt mich dran gewöhnen. Ich wollte es zuerst so hier, weil es die Beleuchtung scheiße gewesen, because da hinter euch... Wenn ihr euch jetzt umdrehen würdet, wäre da ein Fenster. Problem ist, ihr könnt euch nicht umdrehen. Ihr seid ein Bildschirm. This is how it works. Aber ja, was soll man da großartig erzählen? Ich habe ein paar Sachen, die ich auf jeden Fall nächstes Jahr streamen möchte, so was Gaming angeht. Dark Souls 3 geht auf jeden Fall weiter und Yakuza Like a Dragon auch. Aber das ist halt... Yakuza ist so mein Go-To-Ding, wo aktuell... Wo ich streamen kann und ich weiß, ich habe eine gute Zeit. Dark Souls 3 geht dann so ab Januar wahrscheinlich wieder, weil ich denke mir so... Hm, ja, du hast schon genug Stress und da brauchst du nicht noch sowas. Aber das kommt noch, das geht weiter. So don't worry. Ist... Ist wirklich... Because I like it. Aber ich habe noch so ein paar andere Sachen, wo ich generell mir auch mal angucken wollte. Jetzt nur keine Order, weil... Ihr wisst, ich bin einer... Ich streame eigentlich immer das, worauf ich Bock habe. Und dann entweder passiert da was draus oder nicht. Je nachdem. Zum Beispiel... Ich würde unglaublich gerne mal wieder alte Legend of Zelda Spiele revisiten. Also halt Majora's Mask oder Twilight Princess. Aber da Nintendo ja aktuell auf dem Crusade ist, bin ich mir da ein bisschen unsicher mit. So... Das muss erst noch mal ein bisschen... Ein bisschen warten. Besser ist es. Evil Within 2 möchte ich immer mal streamen. Crash Team Racing Nitro. Also halt die PS4 Remastered Version. Da habe ich eine Menge Gutes gehört. Einfach, was meine Freundin sehr freuen würde, ist Metroid Fusion. Das gibt es nächstes Jahr irgendwann. Probably ohne irgendwelche Probleme von Nintendo, I guess. I hope. Metal Gear Solid will ich immer den irgendwann mal streamen. Generell die EMGS-Reihe. Ich habe da echt mal wieder Bock drauf. Aber das sind halt auch so Sachen, da guckst du halt einen Film. Das takes time. Und gerade da wir halt aktuell noch mit der Yakuza-Reihe zu tun haben, wird das wahrscheinlich auch noch ein bisschen dauern, bis wir uns das angucken. Genauso wie mit Final Fantasy 12 von Bloodborne. Das sind absolute Spiele, wo ich mir irgendwann mal einen neuen Run geben will. Einfach mal was Neues ausprobieren. Wonderful 101 ist halt auch so eine Sache. Das habe ich jetzt auf der PS4. Das wollte ich eigentlich schon viel früher machen, habe es aber die Zeit nicht gefunden. Kommt also auch noch. Und ich habe auch echt mal wieder Bock, irgendwas mit Pokémon zu machen. I don't know. Irgendwie eine alte Generation, irgendwie Rubin oder so. Weil Rubin ist so meine favorite Edition. Oder ich gucke mir mal eine an, die ich noch gar nicht... I don't know. Ich habe niemals in meinem Leben Schwarz-Weiß gespielt. Schwarz 1 und Schwarz 2. Oder Pearl. Nee doch, Pearl hatte ich. Doch hatte ich. Ich habe es noch nie fertig gespielt. Ich habe es irgendwie halb durchgespielt und dann aufgegeben oder so. I don't fucking know anymore. Ich sage mal so. Was sind so... Lege ich mir überhaupt Ziele? I don't know. Ich lege mir eigentlich so was, was so Abos angeht und so. So was gar keine Ziele mehr. Wenn ich grob reinschmeißen würde, würde ich wahrscheinlich sagen, auf dem Archivkanal 300. Das seems real. Und auf dem Main. 13 300. I don't know. This shit's frozen like a wrong time ago. Irgendwo habe ich mir dann aufgehört, mir darüber Gedanken zu machen oder es einfach passieren lassen. Es ist irgendwo gesünder. Und wenn es läuft, dann läuft es. Wenn es nicht läuft, dann läuft es nicht. Hast du immer noch deine Bommelmütze und kannst immer noch weiter streamen. In dem Sinne. Aber ja. It's Crimbo alright. Ich werde mich jetzt hier mal fertig machen. Ich mache mir nämlich heute ein absolut Schilling. Mich braucht ihr dieses Jahr... Doch, ich stream dieses Jahr noch. So ist es nicht. Aber ich muss auch zusehen, dass ich das Jahresbeste auf dieses Mal tatsächlich im Jahr fertig kriege und nicht mal wieder drei Jahre später. So wie das bei mir Tradition ist. Aber es ist schon im guten Lauf. Also ich bin da jetzt nicht so, dass ich da erst angefangen habe und eigentlich noch 30 Stunden Editing vor mir habe. Believe me. It's not that. Ich bin schon weiter. Wirklich. I promise. I swear. Ich bin nicht so faul. Aber in dem Sinne. Ich wünsche euch eine schöne restliche Weihnachtszeit. Und wir sehen uns höchstwahrscheinlich im Stream. Wenn nicht, sehen wir uns im neuen Jahr. Kommt gut rein und genießt die Zeit mit euren Liebsten, die ihr verbringen könnt. Corona Message here. Wear a mask. Eat ass. Smoke grass. Don't smoke grass, children. Just eat chocolate or some shit. In dem Sinne. Ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und bis dahin. See ya, Leute. Bye. 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 Bye, bye.